Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der immobilierten Wohnung liegt bei ca. 30 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 520 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Bedrohung des Haustes ist ein ganzes Blitz. Hier ist der Karte von Düsseldorf.